Noch einmal schnell die Flügel auf! Noch einmal schnell die Flügel auf! Auf Platz 1, rein geht's in die Schikane! Die Blu-Tanks auf dem Erdwall hinaufgeschoben! Die Blu-Tanks ganz oben auf dem Erdwall! Und Artica Racing ist vorne! Auf Platz 1, unterwegs! Die Startnummer 238! Die Blu-Tanks sind noch einmal zurück! Die Blu-Tanks sind natürlich auch mit dabei! Die Blu-Tanks sind noch einmal zurück! Die Blu-Tanks sind noch einmal zurück! Die Blu-Tanks sind noch einmal zurück! Und heute noch Platz 1, unterwegs! Sieg mir rück! Der Souverän! Nikola auf der Flügel! Sieg etwas zur Montage sind noch gleich in der Souveränburte! Und heute geht es auch mit der Maße mit stellt! Inkarendn habe uns schon noch angehe boren! Das ist der Artika-Racing noch rausgeholt. Die Fühler holen sich Platz 2 und 3 hinter Artika Racing. Die 213, dahinter und dann die 486, abgewunken. Und zum Abschluss gehen Hornhaut, die Super ist immer die Ziele hier, die den Ausflug oben auf dem Erdball hingelegt habe. Zwei Besonnen, Martin Evertz ist dabei.